So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Eine neue Folge Max Out Monday. Wir wollen wieder Pokémon maxen. Ein Titel Pokémon, was ich bestimme und fünf Vorschläge aus der Community. Mal gucken, ob wir so viele auch wieder zusammengekriegt haben. Ich habe nämlich gesehen, diesmal gab es nur 17 Kommentare. Sonst gibt es vielleicht so 35 oder so jetzt 17. Also bin ich mal gespannt, ob das was wird. Und ich freue mich mega. Diese Folge ist was ganz Besonderes. Ich habe schon ein Video gemacht und gezeigt, das Wochenende war richtig krass. Ich konnte es gar nicht glauben. Es ist passiert. Benjamin hat es letztens noch gesagt. Nach dem Hundo nächstes Ziel. Shundo, also ein Shando. Nach dem Hando ein Shando. Und es ist wirklich passiert. Und ich habe es im Video extra nicht gemaxed, weil ich es mir aufheben wollte für den Max Out Monday. Dass das dann im Titel steht und man das zeigen kann. Und die Leute denken, jetzt was redet der. Zeig doch jetzt endlich mal. Mache ich auch. Mein Titel Pokémon nämlich, wird jetzt heute sein, ihr habt es schon im Titel gelesen. Ein hundertprozentiges Shiny Lucario. Wir haben in einem anderen Video gezeigt, als wir endlich hier das Lucario hatten in 100%. Das habe ich gemaxed. 3056, das sieht gut aus. Dann hier das Riolu gemaxed auf 1123. Und dann hat Benni gesagt, da, nächstes Ziel, Shando. So, und was ist das? Ihr seht schon, es ist vier Sterne und Riolu eingegeben, plus Entwicklungsreiheanzeigen. Es ist ein hundertprozentiges Shiny Lucario, was wir jetzt direkt auch maxen werden. Ziehen es mal hoch, dann seht ihr auch, dass die WP genau die gleichen sind, das auch auf 3056 kommt. Beide sind leider männlich, sonst hätte ich für die Mega-Entwicklung ein männliches, also ein männliches Shiny und ein weibliches Hunderter machen können. So hätte ich dann zwei Hunderter machen können, nämlich normal und eins als Shiny. So bräuchte ich aber trotzdem ein weibliches, was ich dann mal zu einem Mega entwickle und ein männliches, was ich zu einem Mega entwickle. Aber normal will ich auch immer die normale Farbe haben und eben die Shiny-Farbe. Das heißt, das würde wahrscheinlich dann das Hunderter Shiny männlich werden und ich bräuchte ein weibliches Nicht-Shiny zum Entwickeln, was dann aber keine 100% hat. Das ist auch ein männliches, vielleicht gibt es das auch nur als männliches, ich weiß es nicht. So, wollen wir noch eine neue Attacke draufhauen? Mach mal. Das muss sein. Wir hauen hier auch noch eine neue Attacke drauf. Jetzt hat es hier Conda, Lichtkanone, Aurasphäre. Da möchten wir aber noch eigentlich, ich glaube Spukball wäre da gut, Lichtkanone weg. Spukball, jetzt haben wir Conda, Spukball, Aurasphäre oder vielleicht Steigerungshieb für die GBL-Sachen. Aber jetzt ist es auf 3056, da machst du, glaube ich, nichts mehr mit Steigerungshieb. Und für das Thumbnail wollen wir trotzdem nochmal den Bewertungsscreen zeigen, dass ihr das seht. So, das ist das Thumbnail und jetzt macht man es schnell weg und packen es wieder ein. Und das heißt jetzt aber nicht Henry, weil das ist mein aktueller Kumpel und der heißt Henry, weil der Henry der letzte ist, der mir ein Event-Ticket gesponsert hatte. Und deswegen habe ich meinen Buddy Henry genannt. Wenn ich meinen Buddy umwechsel auf was anderes, dann heißt mein nächster Buddy auch wieder Henry. Bis es wieder ein Ticket gibt für ein Event, was mir jemand kauft, dann nenne ich meinen Buddy auch wieder so. Jetzt gucken wir aber mal rein, was sind denn eure Vorschläge, was habt ihr denn gemacht? Das ist die letzte Folge Max Out Monday. Jetzt gehe ich mal bis runter und sehe hier, dass Stephen hat geschrieben Masjok. Jetzt gehe ich wieder hier drauf, gebe mal eigen, vier Sterne und Masjok. habe ich, Macholo ist auf 50, Masjok ist nicht auf 50. Das heißt, wir maxen Masjok. Wenn ich ein Hunderter habe von eurem Vorschlag und genügend XL, dann wird gemaxed. Und das sind die Regeln und deswegen knalle ich jetzt hier auch noch, was Funk hatte, Bruder. Aha, jetzt habe ich es komplett kaputt gemacht. So, jetzt muss ich nochmal Masjok eingeben. Da ist es. Ich wollte doch auf Tag. Hat sich das verschoben oder was? Level 50 Tag. Masjok. Perfekt. Ein Vorschlag von euch haben wir noch. Ein Vorschlag von euch haben wir. Das heißt, vier Vorschläge von euch können wir noch annehmen. Jetzt muss ich aber mal gucken. Ich habe doch vergessen. Hier muss doch auch Tag dran. Level 50, Shiny, 100%. Batsch. Schon stehen die Tags dran und schon sieht das wieder richtig genial aus. Als nächstes haben wir Jochen Strehl, der sagt Ultrigaria. Gehen wir wieder hier rein. Schauen wir mal nach Ultrigaria. Haben hier Knofenza und haben hier Ultrigaria. Da müssen wir auch den Namen wegmachen. So, und maxen ein Ultrigaria auf 1822. Zweiter Hit, zweiter Punkt. Das ist Level 50. 1822 Jochen. Dann kommt Balou. Balou sagt Tragosso. Schauen wir mal rein. Tragosso. Knogger ist schon gemaxed. In der Alola-Form, in der normalen Form. Tragosso selber ist noch nicht gemaxed. Wird jetzt auch gemacht. Kommt auf 1152. Die ersten drei sind gleich drei Treffer. Das hat man, glaube ich, schon lange nicht. Wird hier auch herangeschrieben. Fertig. Und der hier, der muss so bleiben mit 1337. Das ist die Elite. Ihr wisst Bescheid. Braucht man nichts erklären. So, dann. Vor allem hier, guter Tipp, gute Idee. Ja, das geht. Dann schlage ich am Fizzle zum maxen vor. Kannst dein Crypto-Summex eigentlich schon direkt Aqua-Hobit zu geben? Ist ja gegen Proto-Kraudon einer der besten. Konda. Ich war Platz 90. So. Am Fizzle hat er gesagt. Guck mal hier rein. Das war, glaube ich, vom letzten Seeday, wo ich gesagt habe, wer jetzt schlau ist, der wird neben Froxy und Quajutsu am Fizzle vorschlagen. Jetzt ist am Fizzle vorgeschlagen. Wir maxen am Fizzle auf 1850. Gut aufgepasst. Vier hintereinander, die passen, machen wir hier drauf. So, jetzt will ich mal ganz kurz wegen dem Sumpex noch gucken. Das ist Sumpex Aqua-Knarre Surfer. Machen wir. Ja, komm, wir geben trotzdem noch eine dritte Attacke drauf. Und jetzt über eine Top-Lade-TM. Ich muss wirklich eine ausgeben hier. Wie viel habe ich denn? Ich habe neun Stück. Das passt schon. Wir machen den Surfer auch weg. Und geben ihm jetzt Aqua-Hobitze. So. Mit einer Top-Lade-TM. Ich hoffe, das passt. Jetzt haben wir Aqua-Knarre, Aqua-Hobitze und Erdbeben. Erstmal. Ein Vorschlag steht noch aus. Ist es jetzt der letzte hier? Hyper-Noob sagt Sandan oder Alola Sandan. Wir geben also direkt mal Sandan ein. So. Ich sehe schon, Sandan ist beides Mal auf 50. 2-7, 2-6. Alola 1-4. Und hier auch 1-4, 26. Da ist auch wieder ein Unterschied. Sandan ist also schon komplett Familie weg. Gehen wir mal weiter. Marli. Mach mal Taurus oder Bisophang. Habe ich nicht beim letzten Mal gezeigt Taurus und Bisophang. Taurotz ist mit 2-9 auf Level 50. Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu. Bisophang geht nicht. Da fehlen XL. Der braucht noch 208 XL, um auf 50 zu kommen. Tobias Reuter sagt Maschok. Leider zu spät. Tobias Reuter sagt Amphitzel zu spät. Tobias Reuter sagt Ultrigarier zu spät. Kai Pötzsch. Ich schlage Tanzer oder die Entwicklung vor. Oder Wolli. So. Wolli. Wir haben Zwollok nicht gemaxed. Wir haben Wolli. Wir werden... Das ist halt selten, oder? Wir wollen ja eigentlich immer die Endstufen maxen. Ich gucke mal kurz, wie es bei Tanzer aussieht. Tanzer. So. Forstelga ist nicht gemaxed. Tanzer ist nicht gemaxed. Reicht von den XL aber nicht aus. Deswegen nehmen wir jetzt einfach Wolli. Willi. Ja, genau. Willi. Wolli. Und wir nehmen Zwollok. Komm. Wir nehmen das letzte auf 2478. Ich habe den Fluch hier gebrochen. Ich habe das letzte genommen. Guckt es euch an, wie es hier rumhüpft. Das ist dick. Das ist fett. Das sieht lustig aus. Wir machen hier noch den Tag dran. Und haben jetzt auch das gemaxed. 2478. Wolli steht immer noch aus. Aber Wolli habe ich keine XL mehr. Wolli müsste erst mal wieder in einem Event vielleicht kommen oder so. Oder man muss halt mit dem Buddy laufen. Aber dann hat er wieder so eine blöde Schleife. Mag ich eigentlich auch nicht. Ja, egal. Am besten XL-Sonderbonbons. Genau. Mach das. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Also hier hat sich nicht viel geändert. Wer lädt ein? Da müssen wir gucken. Jamao lädt ein nach Niederösterreich oder was. Komm, da gehen wir mal rein. Ich habe schon seit 100 Jahren. Nein. Kein Fanrate mehr gemacht. Da gehe ich jetzt mal drauf. Das wird jetzt das Highlight von dem Video. Das Yamao. Heravocacola. Fapsi. No Reply. Kleines Virus. Die alle drin sind. Und wir machen jetzt einfach hier den Raid vom Tordonator. Tordonator finde ich nämlich richtig genial als Pokémon. Shiny ist am Start. 100%iges. Wäre richtig genial. Wir haben hier ein Krypto. Bruderlander. Aber leider mit Dragometeor. Wenn jetzt der Benni würde wieder sagen. Ja, macht da gleich Top-Lade-DM. Und gibt dem natürlich Wutanfall. Dann ist das viel besser. Wir gucken nochmal ganz kurz. Ist es ein Shiny? Ist es ein Hunderter? Ein Raid bei Maxout Monday mit einzubauen. Haben wir bisher noch nie gemacht. Das erste Mal. Aber es hat gerade gepasst. Es war gerade da. Und ich finde das Pokémon eh cool. Aber schickt mir bitte nicht immer zu Raid-Anfragen. Ich mache ja keine Fan-Raids mehr. Seitdem die so teuer sind. Nur noch am Mittwoch bei der Raid-Mania. Da ist das gerne gesehen. Und dann kann ich gleich noch dazu sagen. Diesen Mittwoch gibt es wieder eine Raid-Stunde. Und am Donnerstag diese Woche gibt es auch eine Raid-Stunde. Weil ja die Prodos kommen. Kyokre und Groudon. Und so hat das eine am Mittwoch eine Raid-Stunde. Und das andere hat am Donnerstag eine Raid-Stunde. Bei mir wird es also zwei Raid-Manias geben. Dazu. Und nach der Raid-Mania ab 19 Uhr. Wird es an beiden Tagen Raids für Zuschauer geben. Einmal mit Groudon. Proto-Grodon. Und einmal mit Kyokre. Proto-Kyokre. Je nachdem was gerade in der Raid-Stunde war. Wird dann an dem gleichen Tag. Bei Raids für Zuschauer angeboten für euch. Das kann ich jetzt schon mal dazu sagen. 3.90 Uhr. 8. 6. Ja genau. 93. In der Nähe von Iserloh, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Jetzt habe ich wieder eins. Ich habe nämlich gestern mein letztes vertauscht. Jetzt habe ich wieder eins. Ein Eschern-Flammenwurf. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.